ja jetzt wir sind hier angeschlagen noch immer von dem ja okay und dann unter verteidigung und jetzt müssen sie mal ausruhen und wieder neu zu holen zu liefern wir wie wir und er hat sich jetzt einfach mal die jörgte die jörgte kisten die städte und das war es auch und das ist h So. Die zwei holte ich auch direkt was zu essen. Alle. Sollten sich alle ein bisschen was zu essen holen. Auch die zwei hier. Wenn die zwei... So nehmt einfach euer Essen und bringt es zurück. So. Gut. Weiteres Kind muss geboren werden. Was überhaupt mit dem Grünen? Immer noch nur drei Leute. Oh man. Das ist schon wieder fast hell. Ist nicht so cool. Die drei sollten sich auch wieder verlassen. Und ich würde sagen. Dann machen wir einen Rechenbruch. Nachdem wir voll gegessen haben. Auf die Grünen. Ja. So. Attacke mal. Oh. Hoffentlich attackieren sie sich wieder die Blauen. Das wäre natürlich nicht so schön. So. So. Da kann man sie schon. Du nimmst dir den hier vor. Du nimmst dir den hier vor. Der Rest bleibt bei denen. Oh. Ein paar haben können wir machen. Die drei sollten sich auf jeden Fall mal eine Sperre holen. So. Ja. 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 Die hier mal alle das machen. Ja. 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 Gut. Ja. 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 Was? Dann hast du nur noch einen Großangriff. Oder? Oh, aber andere Stelle beginne ich mit ihnen. So, drei. Und zwei Schichten. Okay. Wenn ihr zwar schon mal zu Hause seid, könnt ihr hier direkt reparieren. Du kannst dir eine Steinachs holen. Und du kannst dir eine Wurstbeer holen. Das könnte ich hier noch ausbauen. Das mache ich später. Jetzt musst du die Grünen schauen. Oh, ne Sieglerchen. Zack. Bam in your face. In your face. Das ist natürlich geil. Wenn wir jetzt die auch noch kommen. Zumindest drei Tiki Köpfe. So. Du bist das Gründer auf Zerstörter. Der Stammes hat den Ziel nur einen dritten Totemteil. Sechst du auch für zwischendurch. Ich stelle nur in deinem Stammesplan verfügbar. Aha, was war das jetzt? Ja, wir werden größer. Ich muss mal ein bisschen Werkzeug bauen. Heilstäbe. So, und... Schweißbrenner. Müsst ihr mich verbinden? Naja, egal. Ihr kommt mal alle und nehmt ein bisschen was. Du auch. Komm, nimm da Essen mit. Und Essen durch die gar nicht das Heimkommen. Sollst du es hier gar nicht mehr? Kommst du einfach mal so heim? Was war? Kommt der einfach mal just for fun heim. So. Ein paar neue Kinder. Gut, was ist überhaupt mit deren Stamm? Wie groß oder wie weit entwickelt ist der? Oh, nichts. Ja, dann werden wir gleich angreifen gehen. So. Nur die zwei können sich hier direkt auch Heilstäbe holen. So. Aber jeder darf sich. Erstmal zu genug tun. Vollfressen. Hunger. So. Oh, da ist dann nur das Neudorf. Scheiße, sie sind die stark. Puh. Die sind echt stark. Das ist nicht so schön. Hören wir noch ein paar Babys hinzu. Das ist falsch, was passiert. Wie sie wirklich stark honnen könnten. Kleine Baby kann sich das spulen. So, passt. So, passt. Dieses Verständnis steht noch vor uns. Dann wäre Entwicklung. Und ja, ein Kampf könnte sich vielleicht noch ausgehen, wenn sich hier alle vollfressen. so. So, war zu dem blauen. Ja. 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 Die gehen mir schon lange auf dem Gast. Du übernimmst den hier. 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 Und jetzt gehst du zu arbeiten. so schon mal viele nur noch alles in ihrem leben so er wird es nicht schaffen und dann auch sie dann wird die entspannender kam ein sehr spannender die nicht erst wahrscheinlich gehen ja ja du solltest die um es ist alle anderen so viel Spaß so so der und erstens mit dem jünglich und ich kann auf die Hälfte drücken der hier könnte ich auch hier mal Wurfsperre, Steinexkel eine Sperre holen und ein bisschen jagen gehen so hier so ein bisschen so das stört gut so jetzt ist der dran von denen hier so Tacke, der auch muss stürmen so, oh la, wir haben die zerstört BASST wir sind die Besten wir haben sie, der stört und alle ihre Träume so jetzt haben wir schon vier Tickies es geht nur mal ein und das wird dann echt hart erkannt so, du hast sie da mal lassen und alle und sich auch hier mal lassen weil du mir kannst, den müssen sich hier mal lassen wir brauchen das Essen so unbedingt dann gut, dann holst du die auch von da essen du auch von hier kannst du dir auch von da essen du hast auch nichts egal, dann können wir einfach haben die haben alle nichts zum Essen mit hm, die haben alle kein Essen hm, die haben alle kein Essen tsch hm, aber so dringend brauchen wir es auch nicht das ist denn die letzte Karte da müssen sie sich dann nicht ich mach alle vollfressen machen wir uns hier noch ein paar Babys und dann dann kommt ein Kampf das wird echt ein Hardcore-Kampf so kannst du dir etwas essen du hier auch du hier auch du hier auch so, aber diesen Kampf, wenn wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge machen dann werden wir den nächsten machen das wird richtig Hammer vielleicht können wir uns hier noch etwas ausbauen uh, Schweißbrenner hm, geil dann holt jetzt die drei vielleicht sogar gleich einen Schreif ein Schweißbrenner brav hab ich dich eine geholt so kann sie auch anholen da kann ich was zum Essen nehmen so hier auch oh, der ist erwachsen, der nimmt sich auch gleich sowas Puh, Alter, das wird ein Battle alle werden damit kommen alle für mich ihr werdet stark kämpfen müssen alle sind nicht die Überzahl ich werde dafür noch vorher gute Rüstung zusammen machen okay die können aber noch essen und dann schauen wir uns noch kurz unsere Dingern dass sie die noch verbessern haben wir genug Punkte hier machen wir einmal so aber ein bisschen kleiner so so Kampf, Kampf, Kampf noch irgendwas kommt ja eine Krone kriegt er so was gibt sie noch sozial gesund gesund kann sie auch haben so machen wir das dran hier ganz klein ganz klein so gut dann machen wir sie noch Gesundheit und Kampf einfach wir nehmen wir einfach eh wie sowieso das beste so das ja auch heute ist ausgerüstert sozial brauchen wir nicht wir sind Kampfmaschinen das bringt hier alles gar nichts gut dann werden hier alle mal brav damit ausgerüstet und wie es weiter geht das seht ihr im nächsten Part bleibt dran wird spannend und schön das das ich tue das